jo leute willkommen zum weiteren video auf meinem kanal nicht wundern wir sind gerade hier im whatsapp web alles gut und zwar geht es darum habe ich vor zwei tagen eine sms bekommen die habe ich gerade weiter geleitet hier latin team naps das ist ich habe damals vor zwei drei mal war so ein aufruf auf instagram und der rapper naps hat einen aufruf gestartet wer auf ein neues album cover möchte kann ein foto ihm schicken egal was mit foto da kommt das album cover habe ich gemacht jetzt kam vor zwei tagen dann die sms von ihm die ich hier weiter geleitet habe mit einem link so da steht drauf deco 11.000 fotos aus dem kalver aus dem neuen album cover naps und hier sieht man das foto das album kommt raus am 17 juni wegen auf den link und hier sieht man auf der seite von naps jetzt hier ihr sehen könnt hier team naps ich sollte lade ich gerade ein bisschen braucht so ein bisschen lange aber alles gut hier so la foto sur le cover de mon album das foto für das neue cover vom neuen album latin team naps am 17 juni rauskommt so schön einfach starten und jetzt hier das cover schon und jetzt hier bin ich das mein foto das habe ich vor ein paar zerworten gemachtes foto und habe es einfach auf gut glück naps geschickt also ich markiert und ihm geschickt auf instagram und ja jetzt bin ich auf dem neuen album drauf wir zoomen mal ganz kurz in klein dass ihr seht das ist das neue album von naps was bald rauskommen wird und das sind alles hier foto das sind alles bilder auf diesem cover weil ich eine sehr coole idee fand weil das noch keine personen idee hatte gleich kurz hat auch die idee gehabt zu einem song von ihm was alle da mitsingen eigentlich mitsingen sorry im tanzen da bin ich auch im video drin habe ich auch gewonnen habe ich auch sehr gefreut habe ich auch ein video dazu gepostet auf youtube und das video ist auch in der beschreibung könnt ihr anschauen nach dem video wie ich bei kudos video tanze ja auf alle fälle ich bin auf naps am album beginn noch mal kurz zu mir wo ich bin ja hier bin ich mein foto ist alles leute hier wenn ihr überlegt alles hier leute alles leute auf diesem hier alles leute und noch diesen ganzen leuten hier wurden einfach ein geiles cover wenn ihr überlegt das ist alles leute alles leute hier wurde halt dann am ende das cover und vielleicht cool so wie er es gemacht hat hier mit dem das hier ist jetzt hier ein haar von ihm dessen haare von ihm ist alles leute wisst ihr es sind 11.000 fotos guck mal wie geil das gemacht ist naps 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 ist ja ein rapper aus marseille und ja ist eine große ehre für mich dass ich auf dem neuen album cover drauf bin ja was mich sehr gefreut hat auch dass ich auf dem neuen album drauf bin auf dem cover das sind so viele leute ich kann euch gar nicht vorstellen so ich will gar nicht wissen wie lange es gebraucht hat bis das alles gemacht wurde also ich kann es gar nicht vorstellen wie lange es gebraucht hat bis das gemacht wurde das ist nämlich sehr sehr viel hier und ja leute ich werde den link zum album bestellen in die beschreibung machen 9,90 könnt ihr habt die drei auswahlen hier welche ihr haben wollt das werde ich dann in die beschreibung machen dann könnt ihr euch das bestellen und könnt ihr auch mich dann mit lupe suchen wo ich hier bin und ja das war's mit dem video ja bleibt gespannt was noch auf euch zukommt mich freuen wenn ihr meinen kanal abonniert mein video teilt wenn ihr wollt kommentiert und ja wir haben ein video wir sehen uns peace out bis zum nächsten Mal